Die Flüchtlinge sind also in Deutschland angekommen, haben viele Wünsche und auf einmal erscheint eine Fee. Sie sagt, ihr habt drei Wünsche frei. Gut, sagt der erste Flüchtling, ich hätte gerne eine wunderschöne Kleidung, vor allem Markenware, Adidas und so weiter. Peng, zack, hat er alles. Er sagt, das ist super, sagt er auch. Sagt die Fee, und der zweite Wunsch, wir hätten gerne ein großes Haus und alles, was da dazugehört. Peng, tag, steht alles da, ist ja toll. Er sagt, jetzt habt ihr noch einen dritten Wunsch frei. Er sagt, nachdem wir alle sagen, wir werden ja auch gerne Deutsche. Gut, Peng, ist alles weg. Er sagt, das soll ich nervblut sind jetzt. Man sagt, ihr seid jetzt Deutsche und als Deutsche, da müsst ihr arbeiten, wenn ihr was wollt.